So, wir spielen hier mal ne Runde Vorherrschaft. Das heißt 20 gegen 20 schleute. Und müssen hier versuchen, paar Dinger einzunehmen. Los geht's. Erobere den feindlichen Kontrollpunkt, um den Feind zurückzudrängen. Behindere, dass deine eigenen Kontrollpunkte erobert wird. Erobere alle Kontrollpunkte, um das Spiel zu gewinnen. Los geht's. Ah, mein Lieblings-Map. Geil. Yes, Alter. Voll weg geht's, Nip, Alter. Scheiße. Au, scheiße. Yeah, 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 yeah. Wir machen heute richtig Party. Wo ist die Sau? Ah, da komm ich nicht hoch, scheiße. Wir übernehmen das Kommando über einen Kontrollpunkt. Nein. Oh, scheiße, die Sau ist weggerannt, ey. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Alter. Verdammt. Gibt's doch gar nicht. Jawohl, selber. Ja, musst du ruhig bleiben. Yes, Alter, da war einer, der. Halt frei. Super. Nice. Oh, die alte Sau. Verdammt. Naja, zwei Punkte haben wir schon eingenommen. Die Rebellen sind durchgebrochen und haben einen Kontrollpunkt erhobert. Scheiße. Mal gucken, wo die alle abhängen hier. Verdammt. Oh, hinter mir. Scheiße. Hey. Da waren so viele, du Penner, ey. Kacke, ey. Sonst haben sie die Granate geschnitten. Kacke, fertig, fertig. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Das ist das Ende von Skywalker. Oh, Mann. Woller. Boah, was war denn das, ey? Das Rebellenpack erhobert den letzten Kontrollpunkt. Wir müssen sie aufhalten. Ja, 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 ja. Na, Scheiße, ey. Der Imperator wird uns helfen, diese Verräter in die Knie zu zwingen. Boah, alter, wo ist der mit Scheißteilen? Wir haben einen Kontrollpunkt besetzt. Na, geht doch, ey. Oh, komm, zeig dir, du Penner. Mann. Boah, alter. Einer unserer Spitzel in der Unterwelt meldet, dass der Schwuggler Solo in eurer Nähe ist. Lasst ihn nicht entkommen. Na, da wird doch alles voll sein, Mann. Komm, renn, 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 renn. Verteidig diesen Kontrollpunkt. Überlass den nicht den Rebellen. Na, komm, alter, Unterstützung. Sammeln. Wir müssen die Situation wieder in den Griff kriegen. Die Rebellen rücken zu uns vor. Mann, ey. Weil keine Unterstützung da ist. Ach, komm, alter. Oh, das gibt's nicht, ey. Oh, das gibt's nicht, ey. Oh, Mann. Dann nehmen wir noch mal, alter. Mann, na. Solo macht keinen Ärger mehr. Immer treff ich daneben, ey, gibt's ja auch nicht. Sehr witzig. Oh, erobern hier, die Scheißer. Wir haben Boba Fett zur Unterstützung rekrutiert. Unsere Truppen nehmen einen Kontrollpunkt ein. Ja, sauber, 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 sauber. Nice. Witzig, geil. Ah, war wieder Kena. Genau. Ich war nicht kalt. Boah. Ja, ja, scheiße. Alter. Alter, was los hier? Treibt Sie zurück. Sie wollen den letzten Kontrollpunkt besetzen. Ach, du Kappe, ey. Erobert, geil. Hoch noch. Ich bin auf ihn vor. Da wäre ich so. Gleich verlieren wir einen Kontrollpunkt an die Rebellen. Nein. Stopp. Boah. Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Oh, wie konnte er denn das wissen? Das Rebellenfach übernimmt gleich einen Kontrollpunkt. Wo bleibt unser Kampfläufer? Ja. 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 Schneller lupen hier. Schneller lupen hier. Irgendwie witzig, ey. Ah, besser als er. Ah, so richtig aufräumen wie den Dreckslang. Haha, geil. Ja, mal so richtig aufgeräumt da. Ja, warte mal, der Tulip mir noch schnell hier. Ich weiß nicht, ey. Braucht mich wirklich. Na, einen haben wir noch mitgenommen. Geil. Wir müssen auch schnell eins erobern. Wir nehmen einen Kontrollpunkt. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geordnet. Schaltet den Jedi aus. Bring hier. Rebellen in der Zone. Nein, 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 nein. Ganz cool, ey. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück. Scheiße. Heilige Scheiße, alter. Ja. Wir haben einen Kontrollpunkt verloren. Das ist das Ende von Skywalker und dieser armseligen Rebellion. Geil. 3 erwischt. 3 erwischt. Da rüber. Verdammt. Wir erobern den letzten Kontrollpunkt, Mann. Ist was los, Mann. Geil. Das ist das. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Boah, alter Schwere hier, ey. Ah, schade. Ey, komm, aber hier auf dem Sechsen ist er geil. Was wollt er mehr? Oh, Mann, ey. Geil. Der Ordentliche geknallt, ey. Na ja, sehen wir uns in der nächsten spritzigen Runde. Haut da rein. Na ja, sehen wir uns in der nächsten spritzigen Runde. Ja, wir sind in der nächsten spritzigen Runde. Vielen Dank.